Hallo liebe Sportfreunde, Wirtl-Boxing hier. Im Happy Fight 1 und 2. Wir machen heute ein Training, eine Durchschlagskraft, z.B. mit der rechten, mit dem Barsch, aussitzen und dann durchziehen. Und ich muss sagen, der Dominik, der hat jetzt, jetzt haben wir es ein paar Mal gemacht, und hat so einen schönen Barsch draus. Das ist ganz wichtig, weil ich muss ja auch, wenn es geht, durch die Deckung durchziehen gehen. So wie der Wilder, der macht das auch ganz gut. Und dann holen wir das. Jetzt machen wir das. Aussitzen. Ja, sehr gut. Das tut weh. Sehr gut. Ja, super. Vor fünf Minuten hat er noch einen Schlag gehabt für Mickey Mouse. Und jetzt hat er schon einen Schlag wie ein Pferd, möchte ich sagen. Geht schon. Ja, sehr gut. Aber nicht einmal viel. Schick, wieder einmal. Schick. Jawohl. Super, sehr gut. Akku. Beim Akku das gleich, wenn er zuerst einschluckt, dann ist es noch mehr natürlich. Geht durch. Ja. Ja, hoff ich dazu. Ja, nochmal. Bumm, bumm. Ja, super. Einmal, einmal, einmal. Ah, und jetzt? Bumm, bumm. Ja, super. Bumm, bumm. Ah, super. Bumm, bumm. Man muss ja nicht kleinen Trainer anbringen, das Weg. Aber super. Ja, und, äh, Das Durchschlagsklopft ist das, was wichtig ist. Wenn es in der Doppeldeckung ist, dann schaue ich nämlich, dass ich in der Mitte durchziehe. Und wenn ich genug Kraft reinbringe, Bumm, so wie der Walder, dann kann ich schaue durchziehen. Wenn ein Lob ist, ein bisschen, Bumm, kann ich durchziehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Das ist ein Spitzenchaoschlag. In diesem Sinne, viel Spaß beim Üben. pflügel Henk nicht. Sie Firefoxboxboxbox- Wirot様 routines, ich finde mal hitch und gestorben sonerdate.